In diesem Video wird es um die Kraft-Wärme-Kopplung gehen, im Speziellen um sogenannte Blockheizkraftwerke, BHKW. Die Blockheizkraftwerke nutzen Treibstoff, Erdgas oder flüssige Treibstoffe, um daraus Strom und gleichzeitig Wärme zu machen und damit eine sehr energieeffiziente Methode darzustellen, um aus einem Brennstoff zwei weitere Energieformen zu erzeugen. Auf diesem Bild ist dargestellt, wie das Energiesystem der Zukunft aussehen kann. Wir haben die Windenergieanlagen und die Photovoltaikanlagen, die bereits heute in Deutschland mehr als 50 Prozent der Stromversorgung übernehmen. Wir haben die Wasserkraft als weitere erneuerbare Energiequelle, die einen kleineren Beitrag ebenfalls zur Stromversorgung in Deutschland beiträgt. Dann gibt es noch die Bioenergie, die einmal das Biogas direkt zur Verfügung stellt als regenerative Energiequelle zur Nutzung in Gasheizung und dass das Biogas in einem vollständig regenerativen Energiesystem Gas bereitstellt in einem BHKW, in einem Blockheizkraftwerk. Dieses Blockheizkraftwerk nutzt das Biogas, also Methan, um daraus Strom zu machen, die Stromversorgung sicherzustellen im Grundlastbereich und Wärme bereitzustellen. Im Bereich von Quartieren sind dies typischerweise Nahwärmenetze, die versorgt werden, aber in größeren Kategorien können auch Fernwärmenetze versorgt werden. Wie lässt sich Kraft-Wärmekopplung nun definieren? Die Kraft-Wärmekopplung, abgekürzt KWK, ist die gleichzeitige Gewinnung von mechanischer und thermischer Nutzenergie aus anderen Energieformen mittels eines thermodynamischen Prozesses in einer technischen Anlage. Das bedeutet, dass ein Brennstoff genutzt wird, in der Regel Erdgas, also Methan, aber auch flüssige Treibstoffe, das kann Öl sein, das kann Benzin sein, das können aber auch Pflanzenöle sein, die verbrannt werden in einem entsprechenden thermodynamischen Prozess. Während des Verbrennungsprozesses entsteht Nutzenergie, die umgewandelt wird in elektrische Energie als Energieform, die dann sehr leicht weiter verteilt, verbreitet und auch genutzt werden kann. Und gleichzeitig entsteht auch Abwärme in diesem Verbrennungsprozess und diese Abwärme geht nicht verloren, wie das häufig bei Kraftwerksprozessen der Fall ist, dass die Abwärme ungenutzt bleibt. Diese thermische Energie wird genutzt, um damit ein Heizungssystem zu erwärmen, Wasser zu erwärmen und damit Raumwärme und Warmwasser zu erzeugen. Das Ziel ist es natürlich, den Wirkungsgrad eines solchen Energiesystems zu erhöhen. Typischerweise haben Dampfkraftwerke einen Wirkungsgrad von ungefähr 40%, also moderne Kohlekraftwerke, Kernkraftwerke, haben einen Wirkungsgrad von 40%. Durch die Kraftwärmekopplung lässt sich dieser Wirkungsgrad mehr als verdoppeln, sodass also durch die Kraftwärmekopplung 80% der in dem Brennstoff enthaltenen Energie umgewandelt und genutzt werden kann und die Verluste sich deutlich reduzieren auf lediglich 10-20%. Wir wollen uns zunächst die regulatorischen Bedingungen für die Kraftwärmekopplung ansehen. Hier gilt insbesondere das Kraftwärmekopplungsgesetz, KWK-Gesetz, in der aktuellen Fassung von 2016. Zunächst wird der Anwendungsbereich dieses Gesetzes definiert. Das ist bei solchen Gesetzen mit technischem Schwerpunkt die Regel, dass zunächst definiert wird, worum es geht. Im §1 Absatz 1 ist definiert, dass das Kraftwärmekopplungsgesetz der Erhöhung der Nettostromerzeugung aus Kraftwärmekopplungsanlagen auf 110 TWh bis zum Jahr 2020 sowie auf 120 TWh bis zum Jahr 2025 im Interesse der Energieeinsparung sowie des Umwelt- und Klimaschutzes dient. Das heißt also, direkt im ersten Absatz ist definiert, was das Ziel des Gesetzes ist, was man erreichen will. Auf der rechten Seite ist zu erkennen, wie sich in den grünen Balken die Stromproduktion aus der Kraftwärmekopplung in Deutschland verändert hat. Wir sind im Jahr 2017 und 2018 mit den aktuellen Daten der AGEB bei knapp 120 TWh bereits angekommen. Das heißt, das Ziel, das das Gesetz erreichen möchte, ist erreicht worden durch einen kontinuierlichen Anstieg der Stromerzeugung aus der Kraftwärmekopplung. In der vorherigen Fassung des Gesetzes aus 2012 war noch definiert, dass die Stromerzeugung aus der Kraftwärmekopplung in Deutschland bis zum Jahr 2020 auf 25% steigen soll. Das heißt also, dass der Anteil der Kraftwärmekopplung ähnlich hoch oder ähnlich schnell steigen soll wie im Bereich der regenerativen Energiequellen, Photovoltaik, Wind etc. Man sieht an der blauen Kurve, dieses Ziel wurde nicht erreicht, das war bereits im Jahr 2011, 2012 absehbar. Da lag der Anteil bei ungefähr 18% und eine Steigung auf 25% war nicht zu erwarten, was einfach daran lag, dass parallel der Ausbau der regenerativen Energiequellen vorangetrieben wurde, sodass dieses Ziel ersetzt wurde durch die Angabe von Energiemengen, also TWh, die erzeugt werden sollen aus der Kraftwärmekopplung. Absatz 2 des Kraftwärmekopplungsgesetzes von 2016 regelt nun die Details zur Nutzung der Kraftwärmekopplung und beschreibt, was quasi der Inhalt dieses Gesetzes ist. In Absatz 2 heißt dieses Gesetz regelt die Abnahme von KWK-Strom aus Kraftwärmekopplungsanlagen auf Basis von Steinkohle, Braunkohle, Abfall, Abwärme, Biomasse, gasförmigen oder flüssigen Brennstoffen. Das heißt also, dass im Sinne des Gesetzes auch Dampfkraftwerke auf Steinkohle oder Braunkohlebasis als Kraftwärmekopplungsanlagen erstmal gelten, da die Abwärme im Verbrennungsprozess genutzt werden kann oder auch im Kondensationsprozess des Dampfkreislaufes, um daraus Abwärme zu gewinnen, die in ein Fernwärmennetz eingespeist werden kann. Und dies ist eine Anlage, damit eine im Sinne des Kraftwärmekopplungsgesetzes. Darum hinaus regelt das Gesetz die Zahlung von Zuschlägen, die gezahlt werden müssen, sowie die Vergütung für den KWK-Strom aus KWK-Anlagen. Dies wird sehr ausführlich beschrieben, wie diese Zuschläge berechnet werden, wer für die Zahlung verantwortlich ist. Und schließlich geht es im Gesetz auch um die Umlage der Kosten, die im Rahmen des Gesetzes entstehen. Das lässt sich vergleichen mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG, das ähnliche Vergütung oder das auch Vergütungsregeln enthält, um die regenerativen Energiequellen zu fördern, Investitionen anzutreiben. Und gleiche Intention hat das Kraftwärmekopplungsgesetz. Baugraf 2 des Kraftwärmekopplungsgesetzes von 2016 definiert Begrifflichkeiten. Zunächst heißt es dort, dass die Kraftwärmekopplung die gleichzeitige Umwandlung von eingesetzter Energie in elektrische Energie und Nutzwärme in einer ortsfesten technischen Anlage ist. Mit der Ergänzung, dass Anlagen, die zur Erzielung einer höheren Auslastung für eine abwechselnde Nutzung an zwei Standorten betrieben werden, als ortsfest definiert werden. Wichtig bei der Definition, dass es sich um eine ortsfeste technische Anlage handelt. Das heißt, diese Spezifikation führt dazu, dass ein Auto keine Kraftwärmekopplungsanlage im Sinne des Gesetzes ist. Das Auto erzeugt elektrische Energie über die Lichtmaschine, erzeugt Abwärme, die genutzt wird vom Motor, um den Innenraum zu heizen. Damit wäre ein Auto natürlich im Sinne des KWK-Gesetzes eine KWK-Anlage, wird aber ausgeschlossen, da das Auto natürlich keine ortsfeste technische Anlage ist. Die KWK-Anlagen werden noch spezifiziert, dass es sich dabei um Feuerungsanlagen mit Dampfturbinen handelt. Das wären klassische Kohlekraftwerke, es sind Gasturbinenanlagen, Verbrennungsmotorenanlagen und auch zu den KWK-Anlagen zählen Brennstoffzellenanlagen. Das heißt also, dass Brennstoffzellen, die aus der Verstromung von Wasserstoff genutzt werden, dass auch die KWK-Anlagen sind, weil die Abwärme bei der Rückverstromung des Wasserstoffes in der Brennstoffzelle, also Abwärme entsteht und diese Abwärme genutzt werden kann. Und damit die Gesamtanlage, also die Brennstoffzelle, ebenfalls eine Kraftwärmekopplungsanlage ist. Ein weiterer wichtiger Punkt im Kraftwärmekopplungsgesetz von 2016 ist in § 3 definiert zur Anschluss- und Abnahmepflicht. Dort ist definiert, dass Netzbetreiber unabhängig von der Pflicht zur Zahlung von Zuschlägen nach dem § 6 bis 13 in dem KWK-Gesetz verpflichtet sind, hocheffiziente KWK-Anlagen an ihr Netz unverzüglich und vorrangig anzuschließen und dass der KWK-Strom unverzüglich vorrangig physikalisch abgenommen, übertragen und verteilt werden muss. Diese Definition ist ähnlich zu den Definitionen und Vorgaben im Erneuerbaren-Energien-Gesetz, dass KWK-Anlagen, da sie hocheffizient sind, von den Netzbetreibern genutzt werden müssen, der Strom abgenommen und verteilt werden muss und der Netzbetreiber dies nicht verhindern darf, um ineffizientere, ältere Anlagen vorrangig zu betreiben. Weitere Definitionen und Erläuterungen erfolgen dann durch den Verweis auf das EEG. Darin erkennt man auch die enge Verknüpfung zwischen dem KWK- und dem EEG-Gesetz, dass beide das Ziel haben, das Energiesystem oder die Stromversorgung zu verbessern hinsichtlich der Effizienz und daher erfolgt auch dann der Verweis auf das Erneuerbare-Energien-Gesetz. Das heißt also, bei der Arbeit mit Kraft- und Kupplungsanlagen ist es immer notwendig, auch das EEG bereitzustellen und bereit zu haben, da das EEG weitere Hinweise und Vorgaben gibt, wie Kraft- und Kupplungsanlagen zu behandeln sind. Die Zuschlagszahlung für den Strom aus Kraft- und Kupplungsanlagen ist in den Paragraphen 6 bis 13 im Gesetz von 2016 definiert. Darin sind die Voraussetzungen für die Zuschlagsberechtigung, also für die zusätzlichen Zahlungen definiert. Dort ist vorgegeben, dass der Dauerbetrieb dieser KWK-Anlage bis Ende 2022 erfolgen muss, dass die Stromerzeugung durch den Einsatz von Abfall, Abwärme, Biomasse, Gas oder flüssigen Brennstoffen erfolgen muss, keine Kohle. Das heißt also, dass Kohlekraftwerke, Steinkohle oder Braunkohlekraftwerke, die die Abwärme nutzen zur Wärmeversorgung, dass die keinen KWK-Zuschlag erhalten. Das ist natürlich im Sinne des Klimaschutzes, da Kohlekraftwerke große Mengen an Freipostgasen imitieren und damit nicht im Sinne des KWK-Gesetzes handeln. Es müssen hocheffiziente Anlagen sein, die noch einmal gesondert definiert werden. Es darf keine Verdrängung erfolgen von einer bereits bestehenden Fernwärmeversorgung aus Kraftwärmekopplungsanlagen. Auch das ist natürlich im Sinne des Gesetzes, dass in ein bestehendes Fernwärmenetz nicht eine weitere Anlage integriert wird, die damit zu einem Verbrennungswettbewerb führen würde. Ziel soll es sein, Fernwärmenetze auszubauen in Deutschland und damit die Effizienz in der Energieversorgung zu steigern. Ein weiterer Punkt, der die wirtschaftliche Attraktivität von Kraftwärmekopplungsanlagen fördert, ist im Energiesteuergesetz definiert. Dort erfolgt eine vollständige Steuerentlastung für die gekoppelte Erzeugung aus Kraft und Wärme. Das heißt, dass Energiesteuer, die auf dem Brennstoff erhoben werden, erstattet werden. Das heißt also, bei einem Blockheizkraftwerk oder einer Kraftwärmekopplungsanlage, die Erdgas nutzt, wird die Energiesteuer auf das Erdgas erlassen unter der Berücksichtigung oder unter der Bedingung, dass die Kraftwärmekopplungsanlagen hocheffizient sind. Das heißt, dass es sich um eine moderne oder eine modernisierte Kraftwärmekopplungsanlage handelt und dass der Jahresnutzungsgrad mindestens 70% erreicht. Das heißt, dass die Anlage viele Stunden im Jahr läuft und nicht lediglich auf eine Vollstundenzahl von 1.000 Stunden kommt. Im Weiteren ist dann noch definiert, was bedeutet hocheffizient. Dort ist definiert in weiteren Richtlinien, Regularien, wie eine hocheffiziente Anlage definiert wird, wie entschieden werden kann, ob es sich um hocheffiziente Anlagen handelt. Normalerweise, wenn in eine KfK-Anlage investiert wird, wird vorab eine Prüfung durchgeführt, ob diese Bedingungen, diese EU-Bestimmungen zu hocheffizienten Anlagen erfüllt sind. Moderne Blockheizkraftwerke erfüllen diese Vorgaben bereits vorab, dass die Hersteller diese Zertifizierung einholen, diesen Bestimmungen genügen, sodass das Energiesteuergesetz zur Anwendung kommen kann. Wir sehen nun das Zusammenspiel zwischen Betreibern von Kraftwärme-Kopplungsanlagen, dem Netzbetreiber und den Verbrauchern aus. Die Betreiber von Kraftwärme-Kopplungsanlagen speisen den KWK-Strom ins Netz ein. Der Netzbetreiber ist nach dem Kraftwärme-Kopplungsgesetz verpflichtet, diesen Strom vorrangig abzunehmen und zu verteilen. Und die Verbraucher beziehen ihren Strom und Teile dieses Stroms entstammen Kraftwärme-Kopplungsanlagen. Wie sehen nun die Zahlungsströme aus? Dargestellt über die blauen Pfeile. Der Verbraucher zahlt an den Netzbetreiber den Strompreis. Darüber hinaus sind Netzentgelte zu zahlen für die Verteilung des Stroms. Und was auf den Stromrechnungen ebenfalls ausgewiesen wird, ist der KWK-Zuschlag. Das heißt, die Förderung von KWK-Anlagen wird bezahlt von den Nutzern, von den Verbrauchern, die diesen Strom oder diesen Zuschlag über die Stromrechnung bezahlen. Der Netzbetreiber wiederum gibt diese Zuschläge an den Betreiber von den Kraftwärme-Kopplungsanlagen weiter. Gegebenenfalls ergeben sich noch zusätzliche Zahlungsströme durch eine dezentrale Einspeisung und gegebenenfalls auch noch vermiedene Netzentgelte, wenn verschiedene Netzebenen nicht betroffen sind, wenn der Strom dezentral genutzt werden kann. Wenn es zu einer regionalen Verteilung kommt, können diese Netzentgelte reduziert werden in manchen Fällen. Was auch möglich ist, ist, dass der Betreiber von einer Kraftwärme-Kopplungsanlage den Strom direkt an den Verbraucher liefert. Das heißt, zum Beispiel über ein eigenes Netz, das kann auch Firmen intern sein, dass es innerhalb eines Unternehmens einer Kraftwärme-Kopplungsanlage installiert ist, der Strom quasi eigen verbraucht wird. Dies führt dazu, dass natürlich dann die Verbrauchsstelle den Preis für den KWK-Strom direkt an den Betreiber der Kraftwärme-Kopplungsanlage zahlt, ohne dass der Netzbetreiber in diesen Zahlungsstrom involviert ist. Wie werden die Zuschläge für KWK-Strom aus neuen, modernisierten oder aus nachgerüsteten Kraftwärme-Kopplungsanlagen berechnet? Es erfolgt eine Unterscheidung in die Leistungsklassen, ähnlich wie man das aus der Einspeisevergütungsberechnung aus dem EEG kennt. Das heißt, abhängig von der Art der Anlage und der Leistungsklasse ergeben sich entsprechende Vergütungen. Wenn wir uns das Beispiel mal ansehen für eine Kraftwärme-Kopplungsanlage mit einer elektrischen Ausgangsleistung von 400 kW EL. Der Index EL deutet an, dass es sich um die elektrische Ausgangsleistung handelt. Das ist ganz nützlich bei der Betrachtung von KWK-Anlagen in der Energietechnik, den Index EL bei Energie oder Leistung zu ergänzen. Wenn man weiß, dass es sich um die elektrische Ausgangsleistung handelt, entsprechend dem Index TH für eine thermische Ausgangsleistung oder thermische Energie, auch wenn das physikalisch keinen Unterschied macht, was es für eine Energieform ist, ist es in der Energietechnik hilfreich, diesen Index mitzuführen, um die Unterscheidung machen zu können, handelt es sich um elektrische Energie oder um thermische Energie. Also, wenn wir uns eine KWK-Anlage mit 400 kW elektrische Ausgangsleistung ansehen, wie ergibt sich daraus dann der KWK-Zuschlag? Machen wir uns mal einen Block mit 400 kW Leistung. Die ersten 50 kW, das heißt, der erste Block mit bis 50 kW Leistung, dieser Block erhält einen KWK-Zuschlag von 8 Cent pro Kilowattstunde elektrische Energie. Der nächste Block gibt sich aus der nächsten Spalte im Bereich 50 bis 100 kW. Das sind dann 6 Cent bei einer einspeisenden KWK-Anlage, also 100 kW. Das ergibt sich dann zu 6 Cent pro Kilowattstunde elektrische Energie, die erzeugt wird. Dann erfolgt im nächsten Block bis zur elektrischen Leistung von 250 kW ein Zuschlag von 5 Cent pro Kilowattstunden. Und der letzte Block bis 400 kW ergibt sich aus dieser Spalte, dass bis 2 Megawatt eine ein Zuschlag nach aktuellem Stand des KWK-Gesetzes von 4,4 Cent pro Kilowattstunde bezahlt wird. Das heißt, wir erhalten einen gewichteten Zuschlagswert für den KWK-Strom. Er ergibt sich damit, dass wir haben 50 kW bezogen auf die 400 kW elektrische Ausgangsleistung mal 8 Cent pro Kilowattstunde. Der nächste Gewichtungsfaktor aus der Betrachtung 100 bis 50 kW. Das heißt, das sind dann 100 minus 50 kW bezogen auf unsere Ausgangsleistung von 400 kW multipliziert mit den 6 Cent pro Kilowattstunde. Dann haben wir den dritten Block mit den 5 Cent pro Kilowattstunde. Das ist also dann 250 minus 100 kW durch 400 kW. Da ergibt sich als Faktor die 5 Cent pro Kilowattstunde. Und dann haben wir den letzten Block. Das heißt, wir haben die 400 kW Ausgangsleistung minus 250 kW. Das ist die Grenze dividiert durch 400 kW mal 4,4 Cent pro Kilowattstunde. Und wenn man das ausrechnet, ergibt sich damit ein Zuschlagswert von 5,275. Das heißt, diese Kraftwärme-Kupplungsanlage mit einer elektrischen Ausgangsleistung von 400 kW bekäme einen Zuschlag auf die Stromproduktion von 5,275 Cent pro Kilowattstunde elektrischer Energie, die ins Stromnetz eingespeist wird und die dann über die Stromrechnung an die Verbraucher weitergegeben wird. Die Betrachtung an sich ist analog, wie gesagt, zum EEG. Dort berechnet sich in ähnlicher Weise die EEG-Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen. Die Klassen und die Preise sind, die Werte sind andere. Aber der Rechenweg mit der Aufteilung erfolgt analog, dass sich daraus die Einspeisevergütung nach dem EEG für Photovoltaikanlagen und auch für Windanlagen berechnet. Es gibt jedoch eine Einschränkung oder einen Unterschied zwischen dem KWK-Gesetz und dem EEG. Beim EEG wird die Einspeisevergütung über die Laufzeit von 20 Jahren gezahlt. Bei Kraftwärme-Kupplungsanlagen gibt es eine zeitliche Begrenzung der Zuschlagszahlungen, die im KWK-Gesetz definiert sind. Und zwar unterschieden nach der Art der KWK-Anlagen. Handelt es sich um eine neue, eine modernisierte oder eine nachgerüstete KWK-Anlage. Werden die Vergütungszahlungen nur eine bestimmte Zeitspanne, berechnet nach den Vollbenutzungsstunden oder Volllaststunden, ermittelt. Das heißt also bei einer Anlage mit einer neuen KWK-Anlage mit einer elektrischen Leistung kleiner gleich 50 Kilowatt würde dieser KWK-Zuschlag für 60.000 Volllaststunden gezahlt werden. Das entspricht ungefähr 10 Jahren, da man davon ausgeht, die Vollbenutzungsstunden einer KWK-Anlage liegt oder sollte typischerweise in der Größenordnung von 6.000 Stunden pro Jahr liegen. Das heißt also nach etwa 10 Jahren würde dieser KWK-Zuschlag wegfallen. Ist die Anlage größer, also eine elektrische Leistung größer, 50 Kilowatt, wird dieser Zuschlag nur für 30.000 Volllaststunden gezahlt. Danach fällt der KWK-Zuschlag weg. Es ist bei einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung natürlich zu berücksichtigen, dass nach einer gewissen Laufzeit diese zusätzlichen Einnahmen stoppen und die Anlage danach ohne diesen Zuschlag weiter wirtschaftlich betrieben werden muss. Bei modernisierten Anlagen mit ebenfalls Unterschieden erfolgt die Modernisierung spätestens fünf Jahre nach dem erstmaligen Dauerbetrieb, also sehr schnell. Das entspricht ungefähr nach den 30.000 Volllaststunden. Dann wird dieser Zuschlag für weitere 15.000 Volllaststunden gezahlt. Und bei nachgerüsteten Anlagen, auch dort wird unterschieden, die Nachrüstkosten in Prozent der Kosten bei einer gleichwertigen Neuerrichtung. Das muss dann auch entsprechend nachgewiesen werden. Dann ergeben sich auch entsprechende Werte für die Vollbenutzungsstunden. Das heißt, bei hohen Nachrüstkosten, Investitionen, wird dieser Zuschlag für 30.000 Stunden bezahlt. Das heißt, insgesamt ist zu berücksichtigen, dass diese Kosten entstehen können und man damit kalkulieren muss bei einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage. Da geht's, wir können jetzt wieder in der Ruhe nachricht und gleichwerten, bis zum Beispiel in der Ruhe nachgeistigen Reise demands. Das heißt, wir können jetzt noch mal wieder hinbekommen, Vielen Dank.